Die Bioswing-Sitzsysteme verfügen über eine weltweit einzigartige Technologie. Ein nach allen Seiten bewegliches, kontrolliert gedämpftes 3D-Sitzwerk, das die Energie des Körpers dynamisch reflektiert. Ihr Nervensystem aktiviert hierauf Ihre Haltemuskulatur mit einer erhöhten Dynamik. Ihr Körper und Ihr Geist gelangen in ein aktives Gleichgewicht. Es funktioniert automatisch, ohne dass Sie selber Einstellungen am Sitzwerk vornehmen müssen. Der 260 IQV verfügt in der Bestseller-Konfiguration zusätzlich über eine Beckenbalance, die eine automatische und körpersynchrone Anpassung der Neigung von Sitz- und Rückenlehne ermöglicht. Die Sitzhöhe stellen Sie über den linken hinteren Bediengriff unter der Sitzfläche ein. Zum Anheben der Sitzfläche entlassen Sie den Sitz, Ziehen Sie den Bediengriff nach oben und lassen Sie diesen in der gewünschten Position los. Zum Absenken der Sitzfläche ziehen Sie diesen im Sitzen nach oben und lassen Sie ihn in der gewünschten Position los. Stellen Sie die Höhe der Sitzoberfläche etwas höher als Ihre Kniekehlen. Ober- und Unterschenkel bilden einen jeweils über 90 Grad geöffneten Winkel. Die Füße stehen ganzflächig auf dem Boden, ohne erhöhten Druck auf die Oberschenkelrückseiten. Die Sitztiefe stellen Sie über den rechten vorderen Bediengriff ein. Ziehen Sie dazu den Bediengriff nach oben und durch gleichzeitig Geschieben des Sitzpolsters nach vorne oder hinten verändern Sie die Sitztiefe. Durch die Sitztiefenverstellung können Sie die Horizontalausrichtung der Sitzfläche individuell an Ihre Oberschenkellänge anpassen. Achten Sie darauf, dass die Sitzflächenvorderkante in etwa drei Fingerbreit von der Kniekehle entfernt ist, während Sie mit Ihrem Becken Kontakt zur Rückenlehne haben. Bei der Ausstattungsvariante ohne Bediengriff lässt sich die Sitztiefe mit dem integrierten Schnellspannhebel unter dem Sitzpolster vorne rechts am Sitzträger individuell verändern. Dazu den Schnellspannhebel anheben, Sitzpolster verschieben und anschließend den Schnellspannhebel wieder fest andrücken. Zur Unterstützung der physiologisch richtigen Beckenkippung und gleichmäßigen Druckbelastung Ihrer Oberschenkelrückseiten können Sie die Neigung der Sitzfläche einstellen. Die Neigung des Sitzes sorgt für die gewünschte Aufrichtung der Wirbelsäule in Ihre natürliche Form. Die Sitzneigung stellen Sie über den linken vorderen Bediengriff ein. Drücken Sie diesen nach vorne und anschließend nach unten. Die gesamte Sitzfläche neigt sich entsprechend Ihrer Körpergewichtsverlagerung und Oberschenkelposition. Die Fixierung in der gewünschten Position erfolgt, indem der Bediengriff wieder nach oben gezogen wird. Nach der Einstellung der Sitzneigung kann eine Nachkorrektur der Sitzhöhe erforderlich sein. Zur Entlastung der Schulter- und Nackenmuskulatur können die Armlehnen in der Höhe eingestellt werden. Zur Veränderung der Armlehnhöhe ziehen Sie die Taste nach oben und bringen Sie gleichzeitig die Auflagen auf die gewünschte Höhe. Justieren Sie die Höhe so, dass Ihre Unterarme locker aufliegen können und Sie keine Anspannung in der Schulter spüren. Bei einem Multifunktionsarmlehnen können die Armlehnenauflagen in der Breite und Tiefe angepasst werden. Dazu die Armlehnen gegen den Rastwiderstand seitlich oder vor und zurück verschieben. Für Drehungen zur Anpassung an die Unterarmausrichtung bitte die kleine Taste Außen drücken und die Armauflage in die gewünschte Position drehen. Beide Armlehntypen lassen sich durch die Langlochführung am Träger in der Breite regulieren. Lösen Sie dazu die Schrauben an der Unterseite des Sitzpolsters, bestimmen Sie die Breite durch Ziehen der Armlehne nach außen oder innen und ziehen Sie anschließend die Schrauben wieder fest. Zur Veränderung der Rückenlehnenhöhe und damit zur Höhenanpassung der Lumbarstütze drücken Sie die Taste rechts unter der Rückenlehne und ziehen Sie die Rückenlehne bei eingedrückt gehaltener Taste mit beiden Händen nach oben, bis Sie die Lumbarstütze etwas über Ihrer Gürtelhöhe spüren. Die Rückenlehne stellen Sie tiefer, indem Sie die Taste erneut drücken und die Lehne bei eingedrückt gehaltener Taste nach unten schieben. Die VarioBagmatic ermöglicht Ihnen eine stufenlose Neigung der Rückenlehne. Für die Einstellung der Neigung den rechten hinteren Bediengriff nach oben ziehen und halten. Die Rückenlehne folgt nun Ihren Bewegungen. Lassen Sie den Hebel los, so bleibt die Rückenlehne in der momentanen Neigung fixiert. Den Permanentkontakt aktivieren Sie, indem Sie den Bediengriff nach oben ziehen und nach hinten drücken. VarioBagmatic ermöglicht Ihnen weiterhin den Rückenlehndruck stufenlos einzustellen. Unter dem Rückenlehndruck wird der Widerstand der Rückenlehne beim Rückneigen bzw. der Schub beim Vorneigen verstanden. Den Rückenlehndruck verändern Sie durch Drehen am Handrad vorne rechts unterhalb Ihrer Sitzfläche. Drehen Sie dieses Handrad im Uhrzeigersinn, so nimmt der Rückenlehndruck zu. Drehen Sie dieses Handrad gegen den Uhrzeigersinn, so nimmt der Rückenlehndruck ab. Nachdem Sie Ihren Bioswing optimal für sich eingestellt haben, sollten Sie die Tischhöhe auf Ihre optimale Sitzhöhe einstellen. In einer aufrechten Sitzposition sind Ihre Unterarme leicht nach unten ausgerichtet. Die Armlehndenauflagen sind ca. 2 cm oberhalb der Tischoberkante. Ihre Ellenbogen sind damit etwa auf Höhe der Mitte Ihrer PC-Tastatur. Passen Sie sich bitte nicht der Tischhöhe an, indem Sie zum Beispiel Ihre optimale Sitzhöhe verlassen, sondern passen Sie die Tischhöhe Ihren Bedürfnissen an. Kleinen Personen empfehlen wir für die optimale Sitzhöhe am Tisch die Verwendung einer erhöhten Fußauflage, falls sich Ihr Tisch nicht tief genug einstellen lässt. Ihr Bildschirm soll